Sie, meine ich jetzt, 2008, könnten philosophisch im Grunde zum Kapital mit den ähnlichen Kategorien eine Geschichte des Zorns, eine Geschichte der Liebe oder der Attraktionen und so weiter schreiben. Und dann würde eine reiche Welt der Subjektivität inzwischen gelernt haben von der Industrialisierung, die draußen war. Aber immer 50 oder 100 Jahre nach einer äußeren Entwicklung in der Ökonomie findet im Innern der Menschen eine Wiederholung statt mit ähnlichen Metamorphosen und da werden ungeheure Kräfte bewegt, die anschließend wieder in die Ökonomie als Motivation hineingehen. Verstehe ich Sie da richtig? Denn das ist ja immer wieder Ihr Ansatz in Ihren Büchern gewissermaßen, diese Bewegungen nicht einzuengen auf die Dinge, weil die Dinge selber und die wahren, die wahren gewordenen Dinge, überhaupt nicht dinglich sind, sondern sie sind sozusagen kristallisierte menschliche Eigenschaften, verwandelte Menschen, wie im Märchen. Es sind alles, ja, ja. Ich glaube auch, dass man die beste Annäherung an die Welt der Kapitalanalyse im Maß von einer Märchentheorie her vollziehen sollte. Ich glaube, die Geschichte des Kapitalismus ist so etwas wie eine riesenhafte Vergrößerung dieses Märchens vom Teufel und mit den drei goldenen Haaren. Also man braucht auch immer, wenn man nach einer Lösung sucht, nach einer Befreiung, nach einem Schatz, braucht man immer einen Helfer. Das sind diese berühmten Adjuvanten in der Märchenmorphologie von Propp und Grémas, einem großen französischen Strukturalisten. Das sind die Märchen übrigens Frauen, ja, einschließlich der Großmutter des Teufels, die auch der Glückshaut hilft, ja, zu den drei goldenen Haaren des Teufels. Und das sind, also diese Helferfiguren, das können Personen sein, das sind aber auch zum Teil Tricks oder Sachen, also so Amulette. Über Amulette müssen wir noch gleich reden müssen, weil ja Marx der Erste war, der verstanden hat, dass eine Ware eben nie nur das ist, was sie zu sein scheint, sondern dass sie immer auch eben einen Amulettcharakter besitzt. Ein versteckter Mensch und zwar viele Menschen, die hinter stecken. Ja, dass sie eben alle Dinge verzauberte Menschen sind. Also aus dieser Sicht wird einem tatsächlich klar, dass nur der größte Märchenerzähler imstande ist, die Welt von Karl Marx, nämlich die Welt der größten Verzauberungsanalyse, die es je gegeben hat, zu durchdringen. Also man muss, 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 man muss. Die Zähigkeit dieser Ökonomie geht nur dadurch, durch diese Zauberreihen. Daher hätte man von Anfang an verbieten müssen, das Kapital allein zu lesen. Man hätte einen Kanon bilden müssen, das ist vielleicht ein Vorwurf, den man doch Lenin und Co. auch aus heutiger Perspektive machen muss. Man hätte einen Kanon bilden müssen und sagen, wenn man das Kapital liest, ohne die Metamorphosen von Ovid daneben zu lesen, dann ist man auf der schiefen Ebene. Sagen Sie nicht Lenin und Co., denn er ist sozusagen schon ein sehr hohes Individuum, aber irrendes Individuum wie viele. Ja, nicht? Und sozusagen vereinseitigt. Und diese Vorschrift, glaube ich, ist der Kernpunkt. Und man kann auch Marx noch mit Musik versehen, ja, hier diese Texte, und sie wandeln sich. Überhaupt hat der ganze Marxismus bei der Zusammenstellung seiner Klassikergruppe, nicht? Vor allem dieser unglückliche Trias, Marx, Engels, Lenin, nicht? Einen falschen Kanon gebildet. Wenn man den vierten Mann, Ovid, der in die Gruppe hineingehört, weglässt, bekommen wir einen verstümmelten, im Grunde genommen positivistischen Marxismus. Das ist das Elend des Marxismus gewesen, dass er seine eigene, märchenhaft, metaphysische Komponente unterschätzt hat und eigentlich mit dem Positivismus der bürgerlichen Wissenschaften konkurriert hat. Und zwar im Namen dieses Gebrauchswertes, nicht? Es gab ja eine Generation... Der falsche Sachlichkeit. Die falsche Sachlichkeit, nicht? Man hat einfach immer vom Gebrauchswerk geträumt, bei dem diese ganzen mystifizierenden Elemente an der Wertsache weggenommen werden und dass Menschen in ein trockenes Reich überführt werden, nicht? In einer Welt, wo die Ware vollkommen entzaubert wäre und die Menschen wieder zu den Realbeziehungen zurückkehren, die sie untereinander haben. Das ist ein linker Weg in den Positivismus gewesen, der sehr, sehr unheilvoll gewesen ist und zugleich ein Kategorienfehler in Bezug auf das, was Gesellschaft bedeutet, weil man im Grunde eine Kleingruppenutopie mit einer Großgruppentheorie verwechselt hat. In kleinen Gruppen können Menschen in der Tat zu ganz anderen Formen des Zusammenlebens finden. Wir sind ja auch von unserem biologischen oder alten evolutionären Design her Hordengeschöpfe, die mit 20, 50, wenn es hochkommt, 100 Leuten gut können. Alles, was darüber hinausgeht, muss über Abstraktionen und über symbolische Hilfskonstruktionen abgewickelt werden. Und wer das versteht und wer das mit sich selber abmachen kann, dass es nicht möglich ist, die Welt in einen Freundeskreis zu transformieren, Der hat, glaube ich, die erste sozialistische Lektion gelernt und kann dann sozusagen auch diese telekommunikativen Elemente, die in der menschlichen Koexistenz benötigt werden, positiv gedeutet. Das ist das Entscheidende. Wir dürfen nicht unseren Kleingruppenreflexen allzu sehr glauben, sondern wir müssen davon ausgehen, dass dieses andere Märchenmotiv, dieses politische Märchenmotiv, dass man die Welt in eine Wohngemeinschaft umwandeln möchte und dass man die Menschheit als Freundeskreis und Familie darstellen möchte. Das ist ein Atavismus. Das ist ein Atavismus und vor allem aber auch eine gefährliche Irreführung, die uns im Unklaren lässt darüber, was es mit unseren transzendierenden Elementen auf sich hat. Weil wir damit gefälschte und falsche Idole, falsche Symbole, wie zum Beispiel die Nation erzeugen. Also eine Identität, die wohngemeinschaftsähnlich von Weitem aussieht, in Fahnen und Bildern gestaltet so aussieht, aber das überhaupt nicht ist und sein kann. Überhaupt nicht sein kann, weil Menschen nur durch eine Art von großem Emotionsbetrug Familiengefühle gegenüber 50 oder 100 Millionen eigenen entwickeln können. Und als philosophische Detektive könnten wir jetzt zu den Marx-Engels-Lenin jetzt den Ossip-Mandel-Stamm entdecken, der eine Ein-Mann-Opposition mitten im Stalinismus, an der er übrigens stirbt, aufmacht und der in den Tristia-Gedichten eine Form von Ovid, als Ovid Verband am Schwarzen Meer dichtet und sich nach Rom sehnt, nachahmt mit der Erfahrung, auch der furchtbaren Erfahrung des 20. Jahrhunderts ausgefüllt. Mein Jahrhundert, mein Tier, das ist eine seiner Gedichtszyklen. Aber ja, das ist eine sehr bezeichnende Analogie, nicht? Wenn Mandelstamm den Ovid vom Schwarzen Meer wiederentdeckt, dann wiederholt er ja auch die Konstellation, in der Ovid sich befand, nämlich dass er immer nach Rom geschaut hat und immer versucht hat, so eine Art imaginäre Privataudienz bei Augustus zu bekommen und ihm nochmal zu sagen, ich habe es ja nicht so wie es gemeint. Und meine böse Zunge hat sich da einen Moment lang selbstständig gemacht und du bist doch der Einzige und der Erste, der das verstehen müsste, weil du ja ein Sohn der Musen bist, der im Moment zwar von den harten Geschäften absorbiert wird, aber eigentlich doch auch einer von den unseren. So haben übrigens viele Autoren der Stalin-Zeit immer nach Moskau geschaut und immer das Gefühl gehabt, dass der einzige Leser, auf den es ankäme für sie, dort im Kreml sitzt und nach das Licht brennen lässt. Das ist eine andere Verzauberung, die hier hinter steckt. Das ist keine des Kapitals, das ist eine ältere. Dass ich glaube, dass der böse Gott doch irgendwie einen gutmütigen Moment haben könnte. Interjektion des Aggressions. Und dass der Mensch, der vom Dämon der Strenge erfasst worden ist, also der Mensch, der sozusagen den Staat in sich hereingelassen hat. Das ist heute meistens nicht mehr so, weil unsere Politiker den Staat nicht mehr in sich reinlassen, sondern ihn als Arbeitgeber betrachten. Das heißt, sie verkörpern ihn nicht mehr. Wenn sie es tun, wäre sie interessant, aber auch gefährlich. Aber die meisten Politiker heute haben ein Arbeitnehmerverhältnis zum Staat und zur Gesellschaft. Dann müsste doch ein Rast an König sein, wenn er so brutal ist, wenn es die Vermutung berechtigt. Dann trinkt in ihn dieses Kälteste aller Monstren, von dem Nietzsche gesprochen hat, auch persönlich ein. Und dann entwickelt er etwas, was Menschen normalerweise gar nicht haben, nicht können, nämlich diese Strenge der Überpersönlichkeit. Der König, der Richter, der Henker und der Gerichtsvollzieher, das sind alles so Figuren, in denen der Staat nach seiner strengen Seite her sich darstellen kann. Das sind alles Derivate der Königsfunktion. Das ist von der Intelligenz, von der Sie vorhin sprachen, die auf Glauben beruht, auf Hingabe beruht. Die auf Glauben beruht, die den Ernstfall denkt und die immer dem Tod nahe ist, weil das ist das Ernsteste, was Menschen begegnen kann, die auch den Staat immer vom Tod her denken. Und er hält unter allen Umständen auch in der Inhumanität eine Glaubwürdigkeit. Also insofern ist der Toas in Ephigenie eine sehr ernstzunehmende Figur. Ja, weil er auch die... Die man auch nicht umbringen kann. Weil er die, sozusagen den Willen des Staates zu sich selbst verkörpert und den Vorsatz auch in der nächsten und der übernächsten und noch in 100 Generationen da zu sein. Und deswegen muss er eine Art Verkörperung des Notwendigen darstellen können. Denn das ist etwas, was in normale Menschenseelen überhaupt nicht eindringt. Was nur tangential das berührt. Auch Dichter werden lassen das meistens abgleiten und stehen zum Notwendigen immer im spitzen Winkel. Selbst Vergil, der seelisch sehr nahe an das Imperium rangegangen ist, hat immer noch für sich mehr Spielräume gefordert als Augustus. Dass sie besaß. Und Ovi sowieso, nicht? Der war ja geradezu ein Filou im Verhältnis zur Staatlichkeit. Das ist das, was ihm Augustus wahrscheinlich übel genommen hat. Und weswegen er die böse Zunge dann doch zum Staatsverbrechen erklärt hat. Und seinen besten Lyriker ans Schwarze Meer verbannt hat, wo er dann Traurigkeitssang. Aber Mandelstamm hat völlig recht, sich in ihn einzufühlen, weil er ja Nachrichten nach Moskau senden muss an einen Mann, der diese Härte, die aus dem Staat, aus der Notwendigkeit, aus der Geschichte kommt, schon in seinem Namen darzustellen versucht hat. Er hat ja eigentlich für sich selber eine Mythologie der Grausamkeit oder der Nötigung zur Grausamkeit entwickelt, die es am Ende seine ganze Psyche aufgefressen hat. Dies ist eine Art Unterwelt der Ökonomie, eine Art Gegenökonomie, die man immer hinzufügen muss. Und die die Ökonomie tangential nützt gelegentlich, zum Beispiel im Faschismus, im leisen Faschismus auch. Die aber bei Ihnen ein großes Interesse darstellt. Also wenn man die auslässt, ist ein Teil des Menschenwesens auch wieder nicht erklärt. Also es geht nicht alles in die wahren Welt ein, sondern es bleibt etwas draußen vor, was sich sozusagen nie städtisch wurde. Das hat auch damit zu tun, dass das Kapital und damit auch Marx und alles brauchen einen durch und durch erotisierten Menschen. Das ist eine, für ihr Weltbild und zur Erklärung ihres Systems. Und damit können sie nur den halben Menschen erklären, weil Eros, wenn man das Wort ein wenig ungewöhnlich für moderne Ohren mit Gier übersetzt. Wir haben ja einen Eros-Begriff, der inzwischen anders klingt. Da denkt man immer an dieses Knistern der Geschlechterspannung und all die hübschen Attribute, die dazu käuflich erwerben werden können. Nein, Gier und Attraktion. Gier und Attraktion und die Freude daran, dem eigenen Impuls erliegen zu können. All diese Dinge, der Kapitalist ist in dieser Zeichnung ein durch und durch erotisierter Mensch, der von einem Dämon gesagt bekommt, die anderen glauben, Gier ist schlecht. Ich verrate dir im Geheimen, Gier ist gut. Wir sind jetzt im Moment in der Popularisierung. Diese Nachricht ist inzwischen beim Proletariat angekommen durch die moderne Werbung. Aber in den letzten 200 Jahren begann eine dämonische Ausnahmemoral wirksam zu werden. Im Bereich der Politik hat schon seit Machiavelli ein anderer Sektor die Ausnahmemoral proklamiert. Wenn du in die Staatsposition kommst, wenn du Principe sein musst, dann musst du auch gegenüber der allgemeinen Moral, der christlichen Allgemeinen Moral, die Ausnahmen lernen. Jetzt das Wort Fetisch. Was bedeutet, was heißt Fetisch? Ich glaube, das sind die Schlüsselworte. Also wir kommen mit dem Wort Fetisch auf eine afrikanische Spur. Und zwar scheint die Wortgeschichte über den portugiesischen Afrika-Handel zu führen. Die portugiesischen Händler und vielleicht auch die Missionare haben beobachtet, dass in Mittelafrika ganz eigenartige Formen von Kulten bestehen, die den katholischen Besucher unheimlich anmuten, weil sie wie eine archaischere Stufe des katholischen Heiligenkults wirken. Und zwar sozusagen die dunkle Quelle desselben. Die haben beobachtet, dass man dort Statuen herstellt, menschenförmige Gebilde mit relativ grausamen Gesichtszügen. Man hat dort einen Ritus befolgt, wonach es nötig war, diese Gestalt, diesen Fetisch im Werden mit Seelenkräften aufzuladen. Dabei entstanden diese berühmten Nagelmänner aus dem Kongo. Manche tragen bis zu 100 Nägeln, sind gespickt rundum mit einer Decke aus Eisennägeln. Das gehörte zur einheimischen Produktion, weil Afrika auch schon seit seinem eigenen Mittelalter eine Eisenproduktion besessen hat. Und mit jedem Nagel wurde sozusagen ein Wunsch oder ein Fluch in den Körper dieses Objekts hineingetrieben. Was mitten im Ersten Weltkrieg noch mit Holzfiguren von Hindenburg geschieht, wo Nägel hineingetrieben werden, man muss eine Spende mit dem Nagel verbinden. Aber die Idee, dass man in einen Generalfeldmarschall, eine verehrte Person, dicke Nägel reinschlägt und das einmal darf, ist interessant. Es scheint also eine elementar gedankenhafte Figur zu sein, also eine Geste, die auch dem einleuchtet, der sie noch nie begangen hat. Solche Dinge deuten immer darauf hin, dass Elementargedanken oder Elementargesten bereit liegen, die Menschen, auch wenn sie sie zum ersten Mal vollziehen, sofort etwas bedeuten können. Und so werden die wertvollsten hingebenden Eigenschaften von Menschen in Arbeitsteilung und unbewusst, die Menschen wissen es nicht, dass sie das tun, in Waren eingehämmert und kehren dann als Waren wieder zu den Menschen zurück. Aber das kann auch ein Geschoss sein, eine Ware. Das kann auch ein Tigerpanzer sein. Das kann alles sein, worin so eine Art entäußernde Gebärde sich sedimentiert hat. Also in das Produkt fließt etwas ein. Das haben übrigens schon die Denker der Antike begriffen, hatten aber, weil sie den Begriff Arbeit in diesem Sinn nicht kannten, mit dem Begriff des Impetus gearbeitet, um das Abfließen von subjektiven Intentionen in das Produkt irgendwie zu fassen in der Terminologie, die in der Zeit zur Verfügung stand. Also wir haben die Impetus-Theorie, wenn man so will, die verborgene Vorgeschichte der modernen Arbeitstheorien, denn damit hat man, ausgehend von der mechanischen Beobachtung, dass wenn man einen Gegenstand anstößt, der die kinetische Energie, die er beim Stoß bekommen hat, behält. Also diese Übertragung hat ja, wenn man es sich recht überlegt, tatsächlich auch etwas Mysteriöses. Wie ist es möglich, dass meine Kraft in die Sache da reingeht? Wieso kann die Kraft der Billardkugel in die andere Billardkugel übergehen? Also ein Wurf, ja, aber einen ganz großen Wurf nennt man ein Buch. Und nennt man sozusagen ein Impetus, wie Sie sagen. Das heißt, ich lege etwas in die Sache hinein von meiner Lebenszeit. Aber Marx hat ja auch Intelligenz ja so verstanden, nicht? Dass man eigentlich in ein großes Buch sozusagen den gesammelten Zorn, die gesammelten Sehnsüchte aller vergangenen Geschlechter hineinlegt, um einen Anstoß zu geben, den Weltverhältnissen ein Ende zu bereiten, in denen die unerträglichen Teile der hier beschriebenen Verhältnisse perpetuiert werden. Und das bedeutet jetzt der Satz, die Landschaft der Industrie ist wie das aufgeschlagene Buch der menschlichen Psychologie, samt ihrer Vorgeschichte. So ist es gemeint. So ist es gemeint. Und das heißt, wir können gar nicht anders als immer in einem Panorama zu stehen. Wohin wir uns umschauen, sind wir immer in einer Art, in einem historischen Museum. Und gut ist es, wenn wir es kommentieren und es leise vorhersagen. Wir brechen den Bann der Verhältnisse, wenn wir die Verhältnisse entziffern. Wenn wir es leise vorhersagen. Das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Geschichte. Man kann hier gar nicht mit so etwas wie revolutionärer Gewalt ansetzen, sondern die Arbeit der Profanierung besteht darin, dass man in die Produktion zurücksteigt. Und das heißt aber... Wie ein Schatzgräber ausgräbt. Was verschüttet es? Und da muss man auch Dinge ausgraben, die keine Waren sind, sondern man muss auch die Flüche ausgraben, die in die Fetische hineingehämmert worden sind. Die als Gegengifte höchst brauchbar sind. Und man eben, man kann sie neu verwenden. Also die Menschheit ist... Sie verwandeln sich auch selber. Denn ein abgelagerter Fluch kann Ressentiment werden, kann aber auch vergessener Fluch sein. Und dann weiß man nicht, ob das nicht eine segensreiche Zauberkraft hat. Denn von Menschen ist es ja gemacht. Und viel Mühe liegt drin im Zorn. Also kurzum, wer sich auf das Gebild begibt, hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, Alchemie zu studieren. Das heißt, man muss dieses riesige Transformationslabor für subjektive und objektive Kräfte und alles, was in Erfahrung gebunden ist, immer wieder neu mischen, neu synthetisieren. Lateralisieren, auseinanderlegen, dessertere. Und es gibt so etwas wie ein letztes Destillat, nicht aus dem dann die revolutionäre Explosion würde. Das kann man nie sagen, welche Reaktion diejenige ist, die eine Reaktion zum Besseren hervorruft. Wir haben ja in diesem Labor im 20. Jahrhundert ein paar mehr oder weniger missglückte Großversuche gesehen. Die Kräfte, mit denen experimentiert worden sind, sind immer noch da, stellen sich im Moment auch wieder neu auf und verlangen mehr denn je nach einer sinnvollen Alchemie. Und zwar die im Lichte der Erfahrung hilft, an diese verzauberten Verhältnisse zu rühren.